Folge 95, wir sind zurück nach einer Woche Unterbrechung und zuerst hoi Owen. Hoi Luca, hoi hoi. Es ist im Schweizer Fussball gerade so einiges passiert. Wir haben einen Leader, der strauchelt. Bei der letzten Aufnahme noch 7 Punkte Vorsprung hatte, europäisch und im Köpferdrehten war. Ein stabiler Trainer an der Seitenlinie hatte. Jetzt ist alles anders. Das Thema heute in der heutigen Folge, genauso wie der Titelkampf in der Super League allgemein, die anderen Köpfer, Viertelfinals, Titelkämpfe in England und in Spanien und vieles anderes. Wir haben noch eine Liga-Umbenennung für euch parat. Es läuft so einiges und anfangen tun wir wie immer mit dem Match der Woche. Ja, und bevor ich zu dem Match der Woche komme, habe ich noch ein Event der Woche. Oh! Und da würde ich nämlich gerne, ich weiss, vielleicht haben wir ein paar United-Fans da draussen, wie ich. Und es ist ein sehr, sehr guter Tag heute, weil heute vor 5 Jahren, am 6. März 2019, hat United im Champions-League-Achtelfinale PSG mit 3-1 rausgegangen. Oh, das weiss ich noch! Das war, glaube ich, mein bester Tag als United-Fan, oder bester Match als United-Fan. Das war dort, wo sie sogar im Hinspiel 2-0 verloren haben, daheim im Old Trafford. Und dann im Rückspiel das 3-1, und das 3-1 war in der 2-93. Minute, durch den Marcus Rashford eine Penalte nachdem, dass Niki Pembia mit seinem Ellenbogen abgewirkt hat. Das war wirklich einer der besten Fussballtäge in meinem Leben. Das weiss ich noch, ich war nämlich auf der Wache im Militär. Und wir haben in einem ganzen Raum alle zusammen den Match geschaut, und wir haben alle gesagt, United hat keine Chance. Und ich war richtig fest für United dort, weil sie mit den ganzen jungen Spielern gespielt haben. Und ich will einfach nochmal Ole Gunnar Solskjaer loben, weil ich sage jetzt, wer dort im Mittelfeld gespielt hat, wo er die vier Mittelfeldspieler... McTominay sicher. McTominay, Fred, Pereira und Ashley Young. Also mit diesen vier Spielern auswärts in Paris, PSG rauszuhauen, ist sicher nicht ganz einfach. Und ja, für alle, die noch ein bisschen mehr darüber wollen, gehören den Podcast von The Overlap, heisst der, mit Gary Neville, wer ist noch dabei? Ian Wright und Carragher. Mega cool, die haben vorgestern den Ole Gunnar Solskjaer im Gespräch gehabt, die reden halt mega so kollegial und sind alles Ex-Spieler und so. Mega spannend, mega spannend. Gibt es übrigens, wenn wir jetzt gerade schon englische Podcasts vorschlagen, einen recht ähnlichen Podcast, den gibt es auf BBC Sounds zu hören. Ja, glaube ich. Ähm, und zwar ist dort, ähm, die hosten so zusammen, ähm, der Gary Lineker, der Alan Shearer Oh ja. Und der Mika Richards. Weisst du, du hast sicher auch schon die Clips gesehen, wo, ähm, wo sie sich gegenseitig übereinander lustig machen, wie viel das der Mika Richards verdient hat und so Zeugs. Ähm, und die tun dann immer so Fussballthemen, die beiden so, wer ist der beste, beste Stürmer von der Premier League-Geschichte. Und das krasse ist, die haben eben mit denen gespielt. Das ist eben das, finde ich, immer so. Ja, die haben mit denen gespielt und vor allem ist es nachher mega lustig und mega cringe, aber darum umso lustiger, wenn dann eben den Mika Richards, Stalin Shearer aufstellt und er so, you're not gonna put me, are you? Und so, das ist mega lustig, das müsst ihr unbedingt mal hören, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, ich würde sagen, du fängst an mit dem Match von der Woche. Genau, und ich glaube, wenn ich sage, wenn ich, oder auch jetzt erzähle, dass ich, glaube, nach 30 Minuten an Luca geschrieben habe, von dem Match, ich nehme den als Match von der Woche, die Woche. Ich habe schon lange nicht mehr das Spiel genommen, wo es so viele Goals gab. Es wird zu allen klar sein, welcher Match sich das handelt. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Es wird das Wochenende mehrere Match geben, die so auf... Das stimmt. Aber ich rede... Ist es Augsburg gegen Darmstadt? Nein, nein, nein. Ich rede von Sheffield United gegen Arsenal, wo Arsenal mit 6 zu 0 gewonnen hat und nach 39 Minuten 5 zu 0 vorne war. Ähm, richtig, richtig lustiges Spiel gewesen, weil eben nach der 15. Minute, 15. Minute schon 3 zu 0 gestanden, Gabriel Martinelli und das Stadion schon halb leer. Die Fans von Sheffield sind wieder rausgelaufen. Die Bar hat es noch rein gehalten, einfach so ein bisschen... Ich weiss auch nicht wieso. Ich glaube, das ist so ein Event, welches man miterleben muss. Das ist so ein Event wie ein Autounfall, wo du so gerne würdest wegschauen, aber nicht kannst wegschauen. Richtig, genau. Und ja, Arcel richtig, richtig überzeugend. Sie haben ja in letzter Zeit sehr, sehr viele gute Spiele gemacht. Sie haben zwar gegen Porto verloren. Wann war das? Letzte Woche in der CL-Achtelfinalsrunde. Aber sonst... Goal nach Goal am Schiessen. Sheffield auf der anderen Seite richtig schlecht gewesen. Also vor allem die ersten 3 Goale. Das war wirklich so eine komische Einlage. Und nachher war es noch ein eigener Goal, noch ein Penalty. Also richtig enttäuschend von Sheffield. Und ja, was es jetzt für die ganze Premier League bedeutet, kommen wir nachher zur Sprache. Darum würde ich ihr das Wort jetzt übergeben für den Match der Woche, oder? Aha. Ja, kommen wir. Also... Möchtest du vielleicht noch ein bisschen... Wer hat denn so die Goal geschossen? Ich habe gar nicht gesehen, wer die Goal geschossen hat. Ähm... Goal hat geschossen... Jetzt muss ich... Jetzt habe ich es nämlich gleich wieder zugemacht. Das war nicht so smart von mir. Sorry. Ähm, scheiße. Kannst du vielleicht schnell überbrücken? Ähm... Ja, ich kann überbrücken. Wir haben gesehen, dass, glaube ich, Declan Rice mindestens ein Goal geschossen hat. Genau. Declan Rice, Martin Oedegaard, Gabriel Martinelli, Havertz mit Goal und Assist. Und Ben White mit einem richtig geilen Volley in der 58. Minute. Und... Also... Der Chris Wilder, der Trainer von Sheffield, hat auch mega schnell reagiert. In der 17. Minute hat er dann den ersten Wechsel gemacht. Also nicht irgendwie verletzungsbedingt, sondern einfach den... Oliver Norwood musste rausnehmen, weil es taktisch überhaupt nicht gepasst hat. Und... Ja, eben jetzt... Sheffield United ist auf dem 20. Platz ziemlich fest abgeschieden. Mit einer Tordifferenz von minus 50 und 13 Punkten. Also das könnte nachher... Das könnte eine generational schlechte Saison werden, was den englischen Verein angeht. Und Arsenal ist momentan jetzt mit 45... Mit der Tordifferenz von 45... Die Mannschaft, die am meisten Goal geschossen hat in der Liga. Und... Eben, das Krasse finde ich eigentlich bei dieser Mannschaft, dass Goals nicht von einem Spieler kommen, sondern wirklich auf komplett alle verteilt ist. Also... Sogar ein Declan Rice macht seine Goals. Sogar ein Ben White, wo ich nie dachte, dass die... Irgendwie... Würde ich sie sogar als Champions League Contender angesehen. Ja, habe ich eigentlich auch das Gefühl. Ähm... Interessant, ich habe es vorher so ein bisschen als Witz eigentlich angetönt, aber... Ähm... Die Parallelen zum Spiel vom FC Augsburg ausserwärts beim SV Darmstadt... Sind ja schon... G... Also zum einen ist der Match ja auch 6-0 ausgegangen. Zum anderen ist aber auch nach 29 Minuten 5-0 gestanden. Ah was? Ähm... Torschützen, ähm... Unter anderem zweimal Ex-Sankaler Ermedin Demirovic und... Ein Goal und zwei Assists für Ex-Luzerner und Nazi-Spieler Ruben Vargas. Ähm... Und... Ich möchte da einfach zwei Zitate oder... Eigentlich ein... Längeres Zitat vom SV Darmstadt Twitter... Admin äh... Vorlesen. Er hat nämlich geschrieben... 29. Minute. Keine halbe Stunde gespielt und wir haben 5... Ich glaube mal 5 mit Ausrufezeichen Hütten kassiert. Demirovic ist der Torschütze. Es tut weh 0-5. Und dann... Gerade direkt darauf schreibt er... Jemand Serientipps würde gerne etwas anderes gucken. Geil. Habe ich sehr sehr lustig gefunden. Ähm... W Admin. W Admin L für Darmstadt ähm... Ja... Sie hatten 3 Mal gewechselt vor der Pausen-Show. Ähm... Was... Sehr bitter ist. Ja genau. Ähm... Ja... Wollen wir zu meinem Match vor der Woche? Eben wir können nachher noch ein bisschen mehr auf Arsenal und die restlichen Premier League Titelkampfcontenders sprechen. Jetzt... Mein Match von der Woche. Mein Match von der Woche kommt aus der Schweiz. Und zwar ist es eines der Cubs Viertelfinals. Und zwar geht es um den FC Basel zuhause gegen den FC Lugano. Ja... Es war ein interessanter Match. Äh... Zuerst mal muss ich sagen... Absolut geile Stimmung und eine super schöne Choreo der FC Basel-Fan. Richtig richtig geil gewesen. Das muss man einfach am Anfang auch mal sagen. Und dann... Ist der Match so losgegangen wie sich es wahrscheinlich kein Basel-Fan im ganzen Stadion gewünscht hat. Nämlich hat bereits nach 6 Minuten... Der Cancel Lars 1-0 geschossen. Ja... Dann habe ich gedacht... Ok... Das kann passieren. Nach 15 Minuten ist er schon 2-0 gestanden. Und... Ich muss ehrlich sagen... Ich habe einen anderen Match geschaut. Da kommen wir nachher noch drauf. Ähm... Und darum habe ich erst den eingestellt. Ich so... Moment... Was geht denn da ab? Und Lugano ist absolut spielbestimmend gewesen. Auf das kann man später noch sprechen. Das müssen wir nicht aufhören sagen. Aber auch auf das kann man später noch sprechen. Ähm... Lugano ist richtig richtig gut gespielt. Huren gut gespielt. Und von Basel... Ist absolut gar nichts gekommen. Mhm. Und dann... In der Pause... Wechselt... Fabio Celestini gerade 3 Mal. Bringt unter anderem den Maurice Malone rein. Für den Gabriel Sigua. Wo... Ich habe vergessen, dass dieser Typ immer noch beim FC Basel spielt. Ja. Und es macht auch absolut keinen Sinn, dass er immer noch beim FC Basel spielt. Hätte ich dir dazu gar nicht sagen können. Reinkommen ist auch noch der Renato Veiga. Und reinkommen ist auch der Tierno Bari. Ausgewechselt für ihn. Der jetzt schon verletzte Albion Ayeti. Ähm... Das passiert, wenn du einen Spieler rein tust, der halb fit zum Verein kommt. Ja. Und nachher eigentlich... Ich glaube, sie haben sogar gesagt, dass sie ihn langsam... in die Mannschaft reinführen. Ja. Hier wieder spielen lassen. Aber nachher eben von einem Moment auf den anderen ist er Stamm gesehen. Er hat jede Minute gemacht. Das kann nicht gut rauskommen. Ja genau. Und vor allem das grosse Problem ist... beim Albion Ayeti oder eben vor allem beim Tierno Bari. Der Tierno Bari ist ja so... der einzige Spieler vom FC Basel, der so richtig hot läuft im Moment. Und der hat nicht von Anfang an spielen dürfen, weil er spät ins Training gekommen ist. Mhm. Und darum hat man ihn auf die Bank gelassen. Das hat man dann aber auch spielerisch gemerkt. In der 1961 ist dann auch noch der Jovanovic gekommen. Und der Romeo Bene in den 74. Und erst ab dort ist es besser geworden beim FC Basel. Erst ab dort haben wir... Ziemlich aus dem 9.000 hat der Tierno Bari 2 zu 1 geschossen. Und zwei Minuten später das 2 zu 2. Ich weiss nicht mehr, eines von diesen beiden Goalen ist auf eine richtig geile Flanke vom Romeo Bene gekommen. Ich glaube auf jeden Fall das war das 1... 2 zu 1? Also das war das 2 zu 1. Ja, ich glaube schon auch. Ähm... Ja, und so ist der Match in die Verlängerung, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass der FC Basel eine gute 10 Minuten hatte. Eigentlich. Mhm. Weil zwischen dem 2 zu 1 und dem 2 zu 2 hat der FC Lugano noch eine richtig gute Chance gehabt. Und genauso ist es nachher auch weitergegangen in die Verlängerung. Nämlich hat Lugano immer wieder gute, gute Chancen gehabt. Nur hat man das Goal eben nicht getroffen. Und so geht der Match in Verlängerung. Äh, in Verlängerung. Nein, in Verlängerung ist man es eben schon. Und dann geht es ins Penalty schiessen. Und... Ich habe dann das Gefühl gehabt. Eigentlich, wenn du als Klub so spät noch 2 Goal schiessenst, die in Verlängerung rettest, dann hast du ja volles Momentum auf deiner Seite. Ja. Ähm... Und... Aber irgendwie... Eigentlich ist dann nachher das Nächste gekommen. Man hat irgendwie eine Platzwahl vom Elfmeterschiessen gewonnen. Man hat auf die Mutenzerkurve zugeschossen. Ähm... Man hat eigentlich gewonnen, dass man nicht anfangen muss. Ähm... Wohl... Irgendwie, dass sie... Wie wirst du es? Ich glaube, das andere hätte eben Baslano gewonnen. Dass sie hätten anfangen dürfen und nicht als Zweiter hätten müssen. Und dann... Läuft Fabian Frey an. Und er läuft... Uhur weit an. Und das ist ein absoluter Debate, den ich jetzt mit dir mal starte. Ist er schon jemals gut rausgekommen, wenn jemand so weit anläuft? Weit anlaufen und so... Der Pogba-Run. Das kommt nie gut raus. Ja. Das ist... Ich glaube, dann hast du zu viel Zeit, um zu überlegen. Genau. 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 Und dann hast du noch deine Entscheidung hinterfragen und dann verkeckst du es komplett. Und... Genauso ist es rausgekommen, Fabian Frey rutscht aus und verschiesst richtig weit. Wo ich dann gedacht habe... Okay. Ob er in der Reihe Z noch getroffen hat. Ja. In das Baby. Wie der Messi. Nein, Spass. Ähm... Ja. Keine Ahnung. Das ist einfach schon mal ein sehr schlechter Start in ein Penaltyschiessen. Und dann läuft von Lugano im Nachhinein. Der Sabatini ist sicher angelaufen. Der Vladi. Genau. Und der Mahu. Und der Mahu. Ähm... Und die machen das richtig gut. Alle zusammen richtig gute Penaltys. Von Basel treffen auch alle. Bis... Dann irgendwann der Dominik Schmid kommt und muss treffen. Mhm. Und... Was... Spannend ist. Und das habe ich eben wirklich spannend gefunden. Es ist ja nachher dann so ein bisschen der Talk losgegangen von wegen... Ähm... Was ist mit dem Rasen los gewesen? Eben der Frey ist umgerutscht. Aber es sind fast alle Basler... Die Schützen sind um... Also gerutscht. Irgendwie. Mhm. Aber die Lugano-Spieler nicht. Vielleicht haben... Ähm... Vielleicht haben die Lugano-Spieler mit... Ähm... Wie sagen wir denen? Es gibt doch Nockenschuhe und die anderen. Ja. Vielleicht haben sie... Basler mit den Nockenschuhen gespielt. Dann rutscht es mega schnell los. Aber ich weiss auch nicht. Eben... Ich habe das Gefühl gehabt... Also ich habe es bei den anderen Schüssen nachher noch nachgeschaut. Weil ich den Match nicht live geschaut habe. Aber eben auch das Gefühl hatte, dass bei Lugano einfach... Also... Natürlich ist es immer so etwas komisch zu sagen. Aber die Spiele sind mir viel sicherer rübergekommen. Wenn das Sinn macht. Ja. Also ich habe... Ich habe das Gefühl gehabt, die sind viel mit einem ernsteren Gang auch hin gelaufen. Und haben einfach... Gewiss, sie schiessen dann rein. Mhm. Und auf der Basler Seite haben wir wirklich so etwas die Unsicherheit recht rausgespürt. Ähm... Oder eben auch... Also eben beim Frey... Da macht er in 99% von den Fällen. Ja, voll. Aber irgendwie... Ich habe auch das Gefühl gehabt, die 1% fehlen... Fehlt der Basler Spieler, um irgendeines Goal... Oder ein Benaltis zu versenken. Und natürlich haben dann 3 von 5 eine Macht auf der Basler Seite. Mhm. Aber eben, dass du 2 von 5 Benaltis verschiessest... Äh... Ist schon sehr peinlich eigentlich. Ja, voll. Voll. Ähm... Eben... Einfach er gewesen, der als letztes noch verschossen hat. Ich mache jetzt immer nicht den grossen Vorwurf, weil... Ich meine, gegen den... Gegen den Saipi, der 2 Meter gross ist, kann schon mal einen Penalti verschiessen. Aber es ist natürlich bitter, wenn Fabian Frey vorher auch schon verschossen hat. Und so steht Lugano im Goebb-Halbfinale. Zeigt einfach wieder, dass der Mattia Crocci-Torti ein unglaublicher... Äh... Goebb-Trainer ist. Eben, er hat... Der Mattia Crocci-Torti hat bis jetzt in seiner Lugano-Laufbahn. Und das ist jetzt das dritte Mal, wo es im Goebb-Halb mit ihm. Mhm. 15 Spiele, 14 Siege. Ja. Einmal bis ins Finale kam, den gewonnen. Das zweite Mal ins Finale kam, das Finale verloren. Und jetzt steht man wieder im Goebb-Halb-Finale. Crazy, crazy. Und vor allem, was man einfach nicht sagen kann, ist, dass Lugano schlechte Gegner gehabt hat. Weil sie haben jetzt immer wieder... Eben, sie haben jetzt Basel gehabt, sie haben... Vorher haben sie Lausanne gehabt und 4-0 weggeschlagen. Und dann in der... was ist das gewesen? In der zweiten Runde... Okay, sie haben schon ein bisschen einfache Gegner gehabt. Lansi 3-0 rausgehauen. Ja gut, aber weisst du, in der selben Runde haben alle einfache Gegner. Ja, das stimmt. Aber ich meine, letztes Jahr war Lugano eben im Finale und hat dann gegen IB verloren. Sie haben vorher aber Servet und Sia rausgeworfen. Das stimmt. Und der FC Winti. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich finde, beim Croce Torte hatte ich halt immer schon die Mourinho-Vibes. Ja. Und der Mourinho ist ja der Trainer, der solche Cup oder internationale Turnier-Runs angeht. Und der kann einfach Spieler so motivieren und eben auch so ein bisschen in den wir gegen alle Modus bringen. Damit man halt einfach dann auch in die nächste Runde kommt. Ich glaube eben, der könnte das selbstverständlich auf jeder Ebene machen. Der könnte selbstverständlich zu Real Madrid gehen und Champions League gehen in der ersten Sense, einfach weil er so ein guter Mann-Manager ist. Voll. Ja und vor allem, ich weiss nicht, ob du diesen Clip gesehen hast. Wahrscheinlich nicht. Du folgst dem FC Lugano auf Instagram. Ähm, sie haben so das gefilmt, was er zu der Mannschaft gesagt hat vor dem Penalty-Schiessen. Mhm. Und er, er geht noch einfach, weisst du, mit einer verdammten Lockerheit. Ja. Weisst du, du könntest ja dann, ich glaube viele andere Trainer spätestens dann werden, richtig nervös. Mhm. Und er geht aber nur an und sagt, Bene, Mathia, Schkelschim, ähm, Mau, Isaba, Alora. Ja. Also weisst du, er sagt irgendwie nur das. Und er sagt, Ja, ja, ja. Also, ich will so voll nicht, voll nicht irgendwie, ja, hey Leute, come on, jetzt alle konzentrieren, bla bla bla. Sondern er sagt nur noch, bla, da, 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 da. Und ja, von uns jetzt alles. Ja, voll. Was ich eben bei ihm auch das Gefühl habe, er kann auch so gut den Druck von den Spielern weinen. Ja, voll. Also, und der Druck halt noch auf sich nehmen. Mhm. Also, er steht, glaube ich, eben dann auch vor der Mannschaft und, und sagt, wir machen das zusammen. Und eben, wir machen da nicht so viele Sorgen, wie eben der Mourinho das immer gemacht hat. Und ich finde es eben unglaublich krass, was der für die Cop-Brands bis jetzt gehabt hat. Und bei ihm nimmt sich jedenfalls richtig, richtig fest Wunder, wo er als nächstes hingeht. Ja. Weil ich weiss nicht, ob er jetzt langsam sogar nicht schon zu gross ist für einen anderen Super League-Verein. Ja. Aber eben, wohin denn sonst? Also, die Bundesliga wäre vielleicht spannend, Serie A natürlich ist am nächsten. Serie A. Aber ich weiss nicht, ob... Wie wenn dann geht es um einen... Kann ich... S... Sampdoria... Oder irgendeine Atalanta-Meinung Aachen oder so. Ja. Ich blurrte jetzt einen Hot-Take raus. Mhm. Den haue ich jetzt einfach raus. Er ist völlig aus der Luft gegriffen. Aber meine Theorie ist, dass der Thiago Mota von Bologna weggeht und der Mattia Crocci dort die Bologna übernimmt. Das ist ja auch verdammt geil. Das wäre richtig crazy. Ja, ja. Ähm... Ja. Also haben wir den ersten Cup-Halbfinalist. Das ist der FC Lugano. Im nächsten Cup-Viertelfinal hat der SR Delémont im heimischen Stade de la Blancherie vor 6'000 Zuschauern den FC Servet oder Servet FC empfangen. Ähm... Ja, das war sicher der langweiligste von diesen Cup-Matchen. Bist du sicher? Ja, genau. Es hat noch einen zweiten Kandidaten, der auch ganz weit oben steht. Ja, aber das hat Mattia sehr interessant gefunden. Der Zürich Wittibasch. Oh, okay. Da kommen wir nachher gleich dazu. Servet gewinnt ziemlich unspektakulär, obwohl sie genauso wie ähm... Luzern und St. Gallen vor ihnen sich rechts zäh ausbissen haben am... Achtplatzierten von der dritthöchsten Schweizer Liga. Crazy. Wo ganz nahe am ganz grossen Coup dran gewesen ist. Ähm... Er ist jetzt nicht der spannendste Match gewesen. Das absolut. Aber ich habe ihn gefunden, rein von der... latenter Spannung, um was es geht. Ja. Habe ich es eben trotzdem spannend gefunden. Der FC Zürich hat im... Zürcher, im bisschen Friendly Fire Zürcher Duell, ähm... Zürcher Derby den FC Winterthur empfangen. Richtig geile Stimmung auf beiden Fanlagerseiten. Mhm. Suss jetzt nicht so wahnsinnig. Aber ähm... Die beiden Kurven sind ganz ganz geil gewesen. Ähm... Ja. Es hat mir richtig fest weh gemacht, dass natürlich der Nishan Burkhard die zwei Gohlen schiessen musste. Mhm. Was glaube ich bis in der U18 beim FCZ war. Und... Der Dijusto war natürlich auch auf dem Platz gewesen. Mhm. Beide. Ja beide, genau. Der Turkes ist ja nachher noch eingewechselt worden. Über seine Qualität kann man diskutieren. Aber... Was ich einfach krass fand, ist wie... äh... Wie negativ... Oder negativ ist nicht ein falsches Wort. Aber wie passiv, dass Zürich auch in diesem Spiel war. Ähm... Natürlich eben... Murat Ural, der ja auf der Seite gestanden ist. Ähm... Der natürlich... Ich glaube es war der zweite Spiel... Oder das dritte Spiel ist gelachen gewesen. Ja. Ähm... Auf der Zürcher Seite. Und nach der Lugano-Niederlage von Zürich... Da haben wir glaube ich auch die Spieler ein bisschen aufgelaufen. Und... Ja, aber es hat mir trotzdem einfach weh gemacht, dass zu Hause gegen Winti... Eine Mannschaft, wo... Ja... Man muss ehrlich sein... Abstieg... Das Kandidat... Vielleicht ist es jetzt nicht mehr... Aber... In die Saison reinkam ist und man hat darüber diskutiert, ob sie abstiegen werden. Mhm. Das macht mir dann eben schon noch recht weh. Und vor allem hat Winti... Einfach so... Einfach so... Geile Spieler auf dem Platz gehabt, die Zürich mega gefällt haben. Ja. Also auch Marco Sano oder noch Kita und Beide haben jetzt keine Meisterleistung gezeigt in dem Spiel. Mhm. Ja und... Der FC Winterthur, der einfach... Das Maximum aus ihrem Kader raus holt. Und da können wir nachher auch noch ein bisschen mehr darauf sprechen. Aber ähm... Ja, wie der Patrick Rahman seine Mannschaft da eingestellt hat. Also man hat wirklich einfach defensiv... Praktisch nichts zu lassen. Ja. Hat offensiv zwei Goale geschossen in der 62. und der 67. Minute. Was man muss sagen, es waren ziemlich scheisse Goale. Ja. Ähm... Aber trotzdem, ich meine... Jetzt steht mit Winti... Der einzig Zürcher Verein, der noch dabei ist im Halbfinale. Der einzig... Deutsch-Schweizer Verein... Stimmt, das wäre gar nicht aufgefallen. Jetzt haben wir eigentlich drei Sprachregionen vertreten. Ja. Ja. Stimmt, stimmt. Ähm... Ja, im nächsten Spiel... Vielleicht kommen wir noch schnell zum... Zum letzten von der Runde, die wir noch besprochen haben. Ja. Hat Sion... Ich würde sagen, doch überrascht. Obwohl sie natürlich... In den letzten 10-15 Jahren ultimative... Jetzt vielleicht nicht mehr so... Aber ultimative Cup-Killer waren das eine Weile lang. Mhm. Und haben IB zu Hause mit 2 zu 1 geschlagen. Goal vom... Ähm... Schureif... Sagen wir, oder? Ähm... Ich finde, dass man sie wieder braucht in der Super League. Weil... Dass man einfach so mal... Einbeweg haut... Also ich habe es wirklich nie erwartet. Nein, ja. Das habe ich richtig, richtig geil gefunden. Und vor allem die Mannschaft von Sion. Also ich habe ein Highlights von dieser Mannschaft... Ähm... Richtig geilen Goal. So ein ur-exzentrisch, aber... Ja. Starker Goal. Ähm... Ja, das wo... Vor allem... Also eben... Zuerst einmal ist es darum historisch, weil... Scheinbar noch nie eine Challenge-League ist, den aktiven Cup-Sieger rausgeworfen hat. Ah, was? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Ähm... Plus ist es eben halt ein historisches Duell zwischen dem ersten von der Challenge-League und dem ersten von der Super League. Und... Das, was ich halt... Aus Fan-Perspektive richtig geil finde. Es hat 14'500 Leute im Tourbio angehen. Es ist... Hammerstimmig gewesen. Ähm... Ich weiss nicht. Ich hoffe, ihr habt die Videos gesehen von... Vor allem vor dem Match, wo... Ähm... Die Fans... In... Pumpenvoller Strassen, der Mannschaftsbus, so als mit Büros empfangen haben und so. Ähm... Richtig geil. Richtig geil. Man sieht einfach, dass... Ähm... Der FC SIA hat... Geile Spieler. Der FC SIA hat es absolut geschafft, um... wieder eine Mannschaft zusammenzubauen, wo... Die... Die als Mannschaft funktioniert. Sie haben äh... Leidenschaftlich verteidigt. Ich weiss das gesagt. Das hat man im Köp irgendwie gefühlt jedes Mal. Aber man hat wirklich... Man ist als Mannschaft aufgetreten, was man in der Super League einfach definitiv nicht ist. Und das hat... Und das hat... Sehr, sehr fest mit dem... Äh... Mario Balotelli zu tun. Und dass man einen Spieler... So einen destruktiven Spieler wie ihn so gerne noch zum Captain gemacht hat. Ähm... Ja, aber... Der FC SIA mit dem Didier Tolo spielt eine wahnsinnig gute Saison auch in der Challenge League. Und da ist jetzt einfach nur ein Lohn dafür. Dafür, dass man... Wahnsinnig gut gespielt hat im Köp. Äh... Jetzt eben auch vorher GC rausgeworfen hätten mit 3 zu 0 zu Hause. Mhm. Und jetzt... Lohn dafür, ein ausverkauftes Stadion gegen IB. Und ziemlich sicher wieder ein ausverkauftes Stadion im nächsten. Und... Was ich mich auch noch gefragt habe, ist... Als ich die highlights geschaut habe... Ich habe schon lange nicht mehr von... Etwas von Constantin gehört. Liegt das einfach daran, weil man so erfolgreich ist in der Challenge League? Oder hast du das eigentlich mitverfolgt? Mhm. Ist das einfach momentan... Ein bisschen äh... 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 Äh... Ähm... Jein. Also er ist immer noch voll dabei. Logischerweise. Sein Sohn, der Bacht, ist sogar auf der Bank gehockt. Ähm... Das, was man von Constantin gehört hat... Im Moment ist... Er sagt so... Sein letzte Vermächtnis, bevor er dann nachher der FCIA abgibt... Ist, dass er ja noch ein neues Stadion bauen will. Ja. Das ist so das, was man noch beim gehört. Aber... Sonst... Lass man jetzt eben die Mannschaft machen. Der FCIA hat... Eine sehr underratede... Äh... Jugendarbeit eigentlich. Hat wirklich ein paar richtig gute Spieler, die aus der eigenen Jugend auch kommen. Und... Dass man jetzt die wieder schaffen lässt, ist eben richtig cool. Sonst... Mit äh... Zum Beispiel mit dem... Liam Chipperfield. Der ist kein eigener junger Spieler. Das weiss ich. Aber... Der ist... Gleich noch nicht mal 20 und spielt sehr regelmässig beim FCIA. Er hat am Wochenende jetzt gegen Bellinzona zwei Goal geschossen und so. Also... Man merkt wirklich einfach, dass eine gesunde Mannschaft wieder ein Team gefügt, das funktioniert. Mit Routiniers, wie du sagst. Mit dem Ziegler. Lamanchi. Aber auch Nias Hefti spielt zum Beispiel noch dort und so. Ähm... Finde ich richtig geil. Und ich habe so ein bisschen Angst. Sorry. Als letztes noch. Äh... Mit dem FCIA. Es sieht sehr gut aus, dass sie aufsteigen. Sie haben äh... Einigermassen viel Vorsprung vor dem zweiten am FC Thun. Und richtig, richtig, richtig viel Vorsprung vor dem dritten am FC Aarau. Ähm... Und... 20 Punkte. Ja genau. 22 Punkte. Die Experten, die haben so ein bisschen Angst. Und ich eben persönlich auch. Ich will mich jetzt hier ja nicht als Experten betiteln. Aber... Ich teile die Angst so ein bisschen, dass wenn der FCIA in die Super League zurückkommt. Dass man es dann eben wieder... Probiert mit irgendeinem alten Spieler, den man noch irgendwie holen könnte. Ja. Ich weiss nicht, ob es dann... Der Neymar oder wer auch immer ist. Stell dir vor. Also... Das würde ich aber auch nicht nein sagen. Ja nein, aber es ist einfach... Das macht er... Das macht er wieder alles kaputt. Weil ich meine, das darf man einfach nicht vergessen. Mit dem... Fuck, wie hat dieser Trainer noch geheissen? Der... Der Italiener. Äh... Ich weiss jetzt auf jeden Fall kein Plan. Ähm... Ja, das ist auch nicht so wichtig, aber... Bevor man den... Äh... Der Mario Balotelli gesigned hat... Letztes Jahr... Ist der FC Sio Zweiter gewesen. Ja. Von der Super League. Wir haben... Gerade als letztes... Äh... Philipp Stolkovic Topelpack... Ähm... Gewonnen im Spitzenkampf gegen den FC St. Gallen. Und dann hat man den Balotelli geholt und dann ist alles bergab gegangen. Ich hoffe... Also... Wir sind eine richtig gute Mannschaft gewesen und ich glaube das könnte eben relativ schnell wieder passieren. Ja, meine Hoffnung für den FC Sion ist halt, dass man mit dem... Didier Totolo jetzt halt jemanden hat, der halt seit Anfang der Saison dabei ist. Und vielleicht auch ein bisschen... Eine Vertrauens... Basis oder ein bisschen Vertrauen aufbauen beim Constantin oder beim anderen Constantin. Mhm. Und durch das vielleicht dann auch... Ein bisschen mehr Mitspracherecht bekommt, was so Transfers angeht. Ja. Oder auch... Kann ich andere Sachen... Taktik oder... Wie die Startaufstellung aussieht. Ja. Wenn sie aussteigen. Und... Ich glaube das kann halt auch recht wichtig sein, am Anfang einer Saison... Von einer neuen Aufstiegssaison, dass man dann... Einfach eine sichere Mannschaft ist. Eine massierte Mannschaft. Ja. Wenn man sich nicht noch ein Neues einstellen muss... Auf die neue Wettbewerbe oder auf die neue Liga... Und... Ich glaube nächste Saison wird es eben eine richtig spannende Superliga werden. Weil halt... Mit Uschi sicher einer aber gerade, der extrem schlecht ist. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel... Sion und Thun Ue kommt... Das sind jetzt zwei Mannschaften, die... Guten Fussball spielen. Ja. Und mit dem FC Winter konkurrieren können... Mit... Kann ich... Wenn sie hier nicht absteigen. Oder einfach... Wer es halt immer ist. Und ich glaube dann könnte es mega wichtig sein für Sion eben... Dass man... Mindestens schon diese Spiele gewinnt. Ja, cool. Gegen die... Gegen die... Schlechteren Superligemannschaften in Anführung zu sagen. Genau. Ähm... Bevor wir jetzt zu dieser Mannschaft kommen... Wo da die letzten... Die letzte... Die letzte Viertelfinale verloren hat... Schnell noch ähm... Die GÖB Halbfinals. Ja. Die sind... An einem Wochenende. Ja. Das habe ich gesehen. Ende April, glaube... 27. und 28. Ja. 27. und 28. April. Und zwar empfangt der FC Sion daheim... Der FC Lugano. Und der FC Winterthur, der empfangt daheim Servet. Das schaffen wir. Es winkt. Und ehrlich gesagt... Auch wenn ich eigentlich für Winter bin... Hoffe ich so ein bisschen auf etwas anderes. Es winkt nämlich... Der Biduron im Köpf-Final. Das wäre... Hammergeil. Das stimmt. Ja, das habe ich gar nicht mitgebracht. Das wäre... Hammergeil. Aber Vinti wäre eben schon cool. Vinti wäre auch cool. Das wäre... Das stimmt absolut. Aber ich hoffe einfach sicher, dass der FC Sion Lugano rauswirft. Aber stell dir vor... Der Biduron im Köpf-Final... Auf. Dann kommen sicher ein paar... Ist das wieder in Bern das Finale? Ja. Dann kommen sicher ein paar Fans auf einer Seite. Ja, ja. Auf der Genfer Seite. Die haben ja auch Europäisch immer richtig viel mitgenommen. Und ich glaube eben Sion hat ja immer richtig volle... In dem Köpf-Final alles vollgemacht. Ja, ja, ja. Das wäre wirklich heftig. Aber irgendwie... Ich hoffe einfach nicht, dass das Finale Vinti gegen Lugano wird werden. Nein, das wäre auch sehr bitter. Das wäre ganz boring zu schauen. Obwohl... Obwohl Vinti halt eben sicher auch viele Leute mitnimmt. Ja, das stimmt. Und Lugano hat ja letztes und vorletztes Jahr jeweils auch über 10'000 Leute begonnen. Aber ich glaube einfach, dass Lugano zu 99% wird gewinnen. Ja. Einfach Croce Torte ist so erfolgreich. Mhm. Und eben, ich glaube... Wenn Lugano irgendwann verliert, ist es daheim... Also auswärts in Sion. Ja. Es könnte schon noch ein Hexenkessel werden. Ja. Ich bin am Überlegen zum Gehen. Das ist am Samstag... Ja. Samstagabend... Oder Samstag Nachmittagabend... In Sion. Ja. Bist du schon mal im Tourbio gewesen? Nein. Kann ich empfehlen. Ist geil. Also mir ist ein Büro angeworfen worden. Aber sonst ist es super gewesen. Stimmt, darüber haben wir geredet. Jawohl. Ähm... Also... Ja, wir haben jetzt über die grossen Gewinnen geredet. Es gibt natürlich auch einen grossen Verlierer. Und das ist der Raphael Vicky. Der ausgerechnet an alter Wirkungsstelle beim FTC ja verliert. Und darum seinen Job verliert. Der Raphael Vicky ist nicht mehr länger Trainer beim aktuellen Amtierenmeister. und Köp-Sieger. BSC IB. Grund dafür sind die aktuellen Leistungen. Ähm... Ich habe das Quote dabei von Steve Von Bergen, am Sportchef. Der hat gesagt, die Leistungen der Mannschaft entsprachen seit einiger Zeit nicht unseren Erwartungen. Mit den jüngsten Niederlagen in der Meisterschaft und im Köp wurde die Hoffnung kleiner, dass sich die Lage in dieser Konstellation verbessern wird. Obwohl wir aus meiner Sicht alles versucht haben, die Wände zu schaffen. Unter anderem in einem von den Statements ist der Slogan gefallen. Retten, was noch zu retten ist. Was doch heavy ist, wenn man bedenkt, dass IB immer noch auf Platz 1 von der Suppe steht. Ähm... Aber ja, der Raphael Vicky ist nicht mehr länger Trainer bei IB. Und... Aus IB Sicht, muss ich sagen, habe ich da schon eine Weile gehofft. Ja. Also... Der Vicky ist ja jetzt seit Juli 2022 bei IB. Und... Ich habe eigentlich immer gedacht, es ist ein extrem guter Selbstläufer, wenn du ein Trainer bei IB bist. Also du wirst fast jedes Spiel gewinnen, du hast die besten Spieler der Liga. Ich meine, er ist gekommen und ich glaube, das war in dieser Saison, als sie den Ugrinic geholt haben. Ja. Und noch ein paar andere Starboys der Liga. Ja. E-Meri. Ja, genau. Und jetzt eben den Itten noch letztes Sommer. Ja. Also, man hat ja wirklich eine richtig krasse Mannschaft zusammengestellt. Und... Ich glaube, alles ausser den Meistertiteln ist nur noch peinlich. Ja. Und... Dass man dann... Diese Saison so... Ich glaube, noch ein Punkt vor... Servet. Servet ist... Hätte nie erwartet. Und vor allem jetzt in diesem Spiel gegen den FTZ von diesem Wochenende... Sehr enttäuschend gewesen. Vor allem mit diesen Offensivspielen auf dem Platz gehabt, dass man nicht mal ein Goal schiesst. Ich habe dem Vicky eben schon länger so ein bisschen die Rooney-Vibes. Ähm... Sind ja beide... Nein... Der Vicky ist doch Chicago-Trainer gewesen. Und Rooney ist DC United, der ist auch Chicago. Ja, genau. Ja, voll. Sind beide in Chicago Trainer gewesen. Und beide... Aha, nein, DC ist ja... Washingen oder... Ja, sind beide hervorragende Spieler gewesen. Vielleicht auf einem verschiedenen Niveau. Aber als Trainer habe ich wirklich noch nie wirklich das Gefühl gehabt, dass er richtig krass etwas bringt. Ja. Also er war auch bei Basel. Ja. Bei Basel ziemlich erfolgreich. Also er hat, ich glaube, einmal die Saison... Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, er war schon eineinhalb, zwei Jahre dort. Mhm. Ich glaube, mindestens einmal die Saison gewonnen. Ähm... Sorry. Ich glaube, das war gerade in dieser Saison, wo... Wer ist 18 Meister Orden? Ja, IB zum ersten Mal. Ah! Oder? Und dann ist er abgesprungen und zu IB gegangen. Ja, also... Und er ist ja zwischendrin noch... Also er ist noch in Amerika gewesen, genau. Ja, genau. Er war noch USA und 17 Trainer, was ich übrigens auch nicht gewusst habe. Sorry, wenn sich jetzt alle in den Kopf gelangt hätten. Aber ja, also ich finde es einfach richtig krass, dass er so lange noch bei IB überlebt hat. Erstens. Und zweitens, dass er eben mit so einer Mannschaft es nicht etwas Besseres angebracht hat. Also ja, ich finde es richtig, richtig enttäuschend. Und jetzt ist es sehr wichtig, glaube ich, für IB, dass sie einen guten Nachfolger für ihn finden. Ja, der hat es schon gefunden. Also mindestens dafür bis Ende der Saison. Also ja, bis Ende der Saison. Ich meine, im Sommer. Mhm. Weil es einfach... Ich hoffe für sie, dass es nicht ähnlich wie so das Baselprojekt endet. Ja. Dass man einfach viel Geld ausgibt für junge Spieler. Und man aber so ein bisschen die Philosophie nicht mehr wirklich auf dem Platz umsetzt. Aber vielleicht tue ich das auch zu viel schlechter in diesem Verein. Weil er ist ja mega hervorragend aufgebaut. Mit Ex-Spielern, die Sportchef sind. Ja. Trainer werden und so. Aber... Ja. Ich glaube, ab dem Sommer braucht man eine sehr gute Lösung. Ja, genau. Also finanziell steht der Klub nach wie vor wahnsinnig gut da. Was man so gehört. Der Christoph Speicher übrigens ja jetzt auch noch finanziell mit eingestiegen. Ja. Neben dem, dass er irgendwie im Verwaltungsrat ja eh schon ist. Und auch noch im Sport-Dings. Mhm. Also er ist nicht Sportchef. Weil es eben ist Stif von Bergen. Aber es ist... Irgendwie sowas. Ja. In der Leitung hin. Genau. Ähm... Wie gross ist die Chance, dass man einfach den Joel Marnier behaltet? Ja. Ich kann es nicht so 100% einschätzen, ähm... Wie gut, dass der Joel Marnier als Profi-Trainer ist. Er war ja vorher U21-Trainer. Er hatte genau eine Station als Profi-Trainer. Ja. Nämlich bei Xamax. Genau, ja. Er hat genau eine Saison mit Xamax gespielt. Und er ist 1920 mit ihnen abgestiegen. So. Also ich habe jetzt nicht gefunden, dass der Xamax wahnsinnig guten Fussball gespielt hat dort. Aber eben, man ist jetzt... Dort ist man der Underdog gewesen. Und dieses Jahr ist er noch wie vor Favorit. Also mit dem Kader ist und bleibt man Favorit in der Super League noch lange. Ja. Ähm... Das, was dem Vicky ja auch vorgeworfen wird so ein bisschen, ist, dass er es nicht geschafft hat, um Neutransfers zu integrieren. Ja. Ähm... Da hätte es zum Beispiel, nehmen wir wie eben der Castriot Imery, wo der Rekordtransfer von IB ist. Rekordtransfer gegen ihn. Oder mindestens war es, ich weiss nicht, ob er es immer noch ist. Aber eben der... Der Profundi hat ihn glaube ich jetzt überholt, oder? Ja. Ja, nein, ich meine bei IB. Ah, bei IB. Ähm... Sonst gibt es glaube ich schon noch eine höhere. Ja. Also auch mit so... Ich glaube die... Ja genau, die Kauf- und Wiederverkauf-Aktionen von Basel, zum Beispiel vom Schuff und so. Ich glaube die sind auch relativ hoch. Ähm... Ja, eben. Man hat es nicht geschafft, um den Imery in die Mannschaft reinzubringen. Und zwar gar nicht. Das ist fuhr heftig. Das ist einfach... Also, honest day, der beste Spieler der Liga finde ich. Und auch Muggerinic. Ja, ja. Also... Mittlerweile würde ich es nicht mehr sagen. Aber vorher bei Servet definitiv gewesen. Man hat es auch bis jetzt nicht geschafft, dass ein Lakomi so richtig, äh... haben die letzten paar Niederlagen sicher auch damit zu tun, dass ein Spieler wie ein Loris Benito nicht mehr rum sind. Auch wenn ich ihn jetzt selber nicht so wahnsinnig stark finde und nicht so highly raten. Aber er ist einfach ein erfahrener Spieler, den du in deiner Verteidigung gehabt hast. Äh... Genauso... Ist jetzt relativ unglücklich gewesen, der Abgang von Jean-Pierre Insame. Ja. Wo sportlich... Definitiv... Besser gewesen ist, als jetzt der Silva Gonvula, wo einfach... Sorry on his day der schlechteste Spieler in der Superliga ist. Nein, ich finde ihn richtig schlecht. Und ähm... Er schiesst immer wieder so glückliche Goale wie jetzt eben gegen Sion. Wo seine Statistiken nachher ein bisschen besser aussehen lassen, als... Was es wirklich ist. Am Schluss stand beim Raphael Vicky, ähm... Nach eben eineinhalb Jahren, ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre bei IB, 88 Spiele und einen Punktendurchschnitt von 1,97. Also eben, on paper ist das eigentlich nicht so schlecht. Ja. Aber eben, wenn du jedes Jahr Favorit bist. Ja. Er hat letztes Jahr... Alles gewonnen, was er konnte. Also er ist Meister und Goebsieger geworden. Er hat es aber nicht geschafft, sich mit IB für Conference League qualifizieren. Mhm. Muss man sagen, er hat in den Playoffs ein sehr schwieriges Loser bekommen. Sie haben nämlich gegen Anderlecht gespielt. Ja. Und dort auswärts ins Penalty schiessen und so. Ähm... Das Jahr... Europäisch... Auch ein sehr schwieriges Loser. Mhm. Also ich meine, er Gruppe eben mit Leipzig und... Äh... Manchester City. Genau. Und Rotterstern-Belgrad. Und nachher jetzt in den Playoffs gegen Sporting Lissabon. Also ich meine... Sehr schwierig, aber ich bin froh, dass er weg ist. Mhm. Dann beantwortest du eigentlich schon meine Frage, wenn ich dir jetzt habe, zu stellen, findest du dann, dass ich ein wenig zu hart mit ihm ins Gericht gehe? Mhm. Also eben, er hat natürlich die Liga gewonnen mit IB. Mhm. Ähm... Welcher Vertrag hat man gelaufen wäre? Ja, voll. Ähm... Das, was... Was die Spieler jetzt immer wieder auch gesagt haben, ist, dass man nicht einen klaren Plan auf den Weg bekommen hat. Also ich meine, wenn man... Wenn man europäisch gegen Favoriten gespielt hat, hat man sich super gut geschlagen. Gegen City daheim. Einen sehr guten Match gemacht. Auswärts auch. Gegen Leipzig beidesmal sehr gut gespielt hat. Äh... Und eben... Jetzt... Ja, gegen Sporting ist man relativ chancenlos gewesen. Aber auch auswärts hat man wieder einen Unentschieden rausgeholt. Aber... Äh... IB ist in... 85% der Fälle, sei jetzt, in der Super League absolut Favorit. Oder eigentlich in 90% der Fälle. Ja, das stimmt. Was ich eben ein bisschen bei Basel das Gefühl hatte, wo sie... so ihren Downfall gehabt haben, ist, dass... die Trainer natürlich oft falsch eingestellt worden sind. Mhm. Aber dass die Spieler so ein bisschen mit dem Gefühl in die Liga gegangen sind, dass sie etwas besser sind. Mhm. Und halt eben solche... Ja, wir kommen zum FC Basel international zu spielen, um so in der Champions League zu spielen. Aber was in der Liga passiert, ist mir eigentlich egal. Und ich streng mich auch nicht wirklich an. Und... das Gefühl habe ich Stand jetzt auch bei IB. Ja. Und... eben... Darum habe ich eben gemeint, dass es extrem wichtig ist, dass im... ab Sommer ein Trainer kommt, der mit... die Einstellung wieder zurückbringen kann bei IB. Dass man auch in der Liga immer 100% gibt. Ja. Und auch wenn man gegen IB noch spielt, in einem Stadion, wo 6'000 Leute reinpassen oder was auch immer, dass man auch dort wieder... einfach... halt... sie wegputzt. Ja. 6'0, 7'0. Ja. Und... eben nicht mit... mit dem Spiel, wie sie ihnen geht! Weil ich mich nicht verletzen, dann kann ich dann auch nicht mehr Champions League gegen die City spielen. Ja, voll. Eben das, was wir jetzt schon ein bisschen gesagt haben, ist... IB konnte schon seit ziemlich langem in der Liga nicht mehr überzeugen... ähm... im Vergleich zu was sie in den letzten Jahren gemacht haben, wo sie... wo viel... oder in den letzten Jahren allgemein... wo es einfach sehr viel so gewesen ist, dass es einfach keine Frage gewesen ist, wer den Match heute gewinnt. Also weißt du, von Anfang bis zum Schluss, zack, 4-0 jedes Mal. Eben, wir hatten einen 1-0-Sieg gegen GC, wir hatten 1-0 verloren gegen IB, wir hatten einen 1-0-Sieg gegen Lozan, ein 3-3 gegen IB, einen 1-0-Sieg gegen Stadlos Anushi zuhause, und dann nachher jetzt eben die Niederlage gegen Servet, Sion und Zürich hintereinander, was einfach absolut crazy ist, die Mannschaft, die hat wie keinen Plan. Weißt du, du hast so gute Spieler, du könntest ja denen einfach wie sagen, hey, spielen über Aussen, spielen irgendwie so, machen das und spielen über Aussen und die schnellen Aussenverteidiger überlaufen, Flanke in die Mitte, du hast den besten Kopfballspieler der Liga, kommt früher oder später gut. Aber irgendwie, IB ist so planlos gewesen, man hat einfach 90 Minuten lang nicht gewusst, was man gegen Sion soll machen, und das geht nicht. Das hat mich eben auch gegen Zürich ein bisschen verwundert, es ist eigentlich spannend, dass du den Samenabgang vorhin angesprochen hast, weil ich glaube, der Samenabgang auf dem Kratz stand, hat mir gegen Zürich gewonnen, weil man hat ja auch mehr Tortschüsse gehabt, ich glaube, 13 zu 12 ist gestanden, man hat nach dem 1-0, ja, nach sieben Sekunden gewesen ist, wo man jetzt auch wirklich nicht gerade die Schuld geben kann für das 1-0, aber man hat nach dem 1-0, glaube ich, innerhalb von zwei Minuten eine Top-Top-Top-Chance gehabt, die eigentlich musste reingehen, aber eben, trotzdem hat man mit diesen 13 Schüsse, mit diesen, keine Ahnung, wie viel auch immer, Ecken, was es gewesen ist und so, hat man trotzdem eben, wie du gesagt hast, es ist nicht wirklich ein Plan gehabt, oder einen für uns erkennbaren Plan, wie man den Ausgleich machen würde, sondern die Chancen sind eher so ein bisschen durch, nicht luck ist vielleicht das falsche Wort, aber durch individuelle Klasse entstanden und nicht irgendwie durch ein taktisches System, das mega gut funktioniert. Ja, gehen wir mit dem in die Super League rüber, weil Strugglen von IB bedeutet, dass wir absolut einen Titelkampf haben, und zwar ein Titelkampf zwischen zwei Mannschaften, wo die Stimmung im Moment nicht unterschiedlicher könnte sein, nämlich Servet, wo so high flight, wie nur irgendwie möglich ist, und IB, die so fest struggelt, wie es auf dieser Position noch irgendwie möglich ist. Und wir? Und? Wir sind nur noch neun Punkte entfernt. Ja, genau. Trotzdem, no offense, aber das wird nichts. Du müsstest, dort ist unser Groupchat gesehen, FZ Groupchat, vor dem Spiel gegen IB. Wir haben alle gesagt, wir können uns ein Haus draufsetzen, dass Zürich irgendwie 4-0 auf die Kappe bekommt. Aber, ja, wir haben es dann trotzdem irgendwie geschafft. Genau, ähm, ja, eben, ich würde noch ein bisschen über Servet reden, weil, das Letzte, was wir gemacht haben, oder was der Owen gemacht hat, bevor wir da auf Aufnet drückt haben, der Owen hat die Highlights geschaut, von Servet gegen St. Gallen von diesem Wochenende. Und darum möchte ich dich jetzt auch mal schnell fragen, wärst du jetzt für den Match auch 10 Stunden ins Auto gehocken? Ferry Servet fängst du schon auf. Ja, das tut mir leid, tut mir leid. Ja, eben für alle, die, die das jetzt nicht so ganz verstanden haben, ich bin wieder mal auf Genf. Du bist irgendwie gefühlt jede zweite Woche in Genf. Nein, ich bin nicht... St. Gallen spielt irgendwie jede zweite Woche in Genf oder in Lausanne, habe ich das Gefühl. Nein, nein, ich bin jetzt erst zum zum vierten Mal überhaupt in dem Stadion gewesen. Aber, ähm, das Stadion nach wie vor, ich sage es, ist wieder ein bisschen ein Hot Take. Wenn es voll wäre, Top-3-Stadion der Schweiz. Ähm, hinter dem St. Jakob-Park und dem, äh, Kibun-Park natürlich. Ja, hä. Ja, also... Zum Glück hast du nicht Letztin gesagt. Nein, also dann... Ich, aber obwohl, die Schützenwissen gehört, auch wie wir für mich ganz weit rüber. Ja, okay, ja. Einfach wegen der Stimmung. Ja. Fair point. Fair, fair point. Ähm, ja, Servet gewinnt den Match ziemlich ohne grosse Bedrängung mit 2 zu 0. Ähm, und ist jetzt somit eben nur noch ein Punkt hinter IB. Ähm, sie haben ja vorher auch den direkten Spitzenkampf gewonnen. Und zwar in Bern sind die erste Mannschaft seit dem FC Zürich, die in Bern gewinnt. Und, hint, hint, wer ist dort der Meister geworden? Der FC Zürich. Es scheint so ein bisschen, als müsste man auswärts im Wankdorf bestehen, um Meister zu werden in diesen Jahren. Zum Beispiel etwas, was St. Gallen ganz, 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 ganz knapp nicht geschafft hat. Äh, in der Saison, in der wir knapp Zweiter geworden sind. Wir haben nämlich einmal 4-3 verloren und einmal 3-3 gespielt, glaube ich. Mhm. Ja, aber ich finde es, also ich habe eben die Haile gespielt von dem Servet-Match und der Konya beim 1-0 richtig, richtig, richtig geiler Finish. Ja. Und eben 2-0 vom Gimeno, ist es so gewesen, ähm, hat er auch gut gemacht. Nicht gejubelt, finde ich natürlich immer lustig, aber ja, also ich finde, sie haben mich total überzeugt und wenn wir jetzt auch von Servet so ein bisschen das restliche, also bis zu Liga, Split, bis zum Split, genau, das ist offizielle Name, bis zum Split die nächsten Spiel anschaut, ähm, warte, ich habe es gerade offen gehabt, so habe ich es gut gemacht, vielleicht schaffe ich es gerade, jetzt ist es noch, äh, sorry, sorry alle Leute da aussen, aber jedenfalls, eben genau, wenn man von Servet den ersten Spielplan anschaut, dann könnte man vielleicht sogar mit ganz viel Glück, vor allem wenn man, wenn Ibe jetzt mit dem, ähm, nicht gleich wieder, ähm, den Spielfluss findet, können wir mit viel Glück sogar als Ersten in der Tabelle sein, ich meine, sie haben jetzt Lausanne, Luzern, Winti und Uschi in den nächsten vier Spielen, alles sehr machbare Spiel, und nachher kommen noch Zürich, Basel und GC, ähm, ja, vielleicht kann man dort einen oder anderen Punkt liegen lassen, aber ich glaube, wenn man jetzt die nächsten vier Spiele gewinnt, könnte man auch einen rechten Abstand auf Zürich und IB schaffen, und dann geht man schon mit einem rechten, mit einem rechten Paket in die Split-Playoff-Frunde. Ja, ja, ähm, das zum einen, zum anderen muss man sagen, bei Servet Jagd 1 Highlight das nächste, weil zwischen, äh, im Moment dieser Aufnahme und am Wochenende im Derby gegen Lausanne steht ja noch ein Heispiel von der Conference League Achtelfinals zu Hause gegen Viktoria Pilsen. Man ist auf Triple-Jagd. Ja, genau, also, auch wenn es international jetzt nicht so realistisch ist, dass Servet also gerade für den Titel geht, aber ich meine, Viktoria Pilsen ist einer von der machbarsten Gegner, die man hätte können, überkommen. Ähm, ja, so Double, Double ist sicher noch möglich, also, weil, eben, nach den Spielen, die du gesagt hast, verfolgt er nachher eben auch noch das Schweizer Cup Halbfinale gegen Winti. Ja. Also, man hat, man tanzt auf sehr, sehr vielen Hochzeiten, wie man so schön sagt. Ja, und eben vor allem, wenn man dann gegen Winti gewinnt, dann hat man einen weiteren Ansporn, um in der Liga noch Winti immer besser spielen, dann kann man die Liga auch noch gewinnen. Ja. Dann spielt man um beides nachher noch im Final, kann man sich aufs Final noch freuen und so. Also, es ist nicht allzu unrealistisch, dass man in zwei Monaten um die Liga, wie auch um den Schweizer Cup spielt. Ja, also, von am Anfang der Saison, wo ich eigentlich all mein Geld verwettet hätte, dass Servet keinen Titel gewinnt, muss ich jetzt sogar fast sagen, ich würde einiges darauf wetten, dass Servet mindestens einen Titel gewinnt. Was sagst du, Sankala? Wenn wir schon wieder am Spiel sind? Ja, kommen wir gut, kommen wir gut, es war nämlich horrendous. Ich habe hier, um einfach so die Super League im Allgemeinen ein bisschen beschreiben, eine Formtabelle mitgenommen. Nämlich ist das Super League 19. Spieltag bis aktuell. Das sind alle Matches von dem Jahr. Sozusagen einfach die Jahrestabelle 2024. Da steht Servet auf Platz 1 mit 19 Punkten. Auf Platz 2 kommt, da müssen wir eben jetzt noch darüber reden, der FC Winterthur mit 15 Punkten aus 8 Spielen. Dann als nächstes kommt, was denkst du? Der FC Zürich? Der FC Lugano. Shit. Dann kommt Ibe auf Platz 4 immerhin noch mit 13 Punkten aus 8 Spielen. Dann der FC Basel Execo mit 13 Punkten. Zürich ist so schlecht. Dann kommt der FC Luzern. Obwohl. Der FC Zürich auf Platz 7. Yes. Dann Lausanne Borg dann Iverdors Borg auf Platz 10 geht sie. Auf Platz 11 der FC St. Gallen und auf Platz 12 Stadlos Anuschi. Das kann mir gar nicht auffallen, dass es so schlecht ist. Obwohl wir jede Woche übergesehen haben, dass es nicht gehen müsste. Also 8 Spiele in dem Jahr 7 Punkte 2 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen eine Tordifferenz von 5 zu 12. Wir haben in 8 Spielen 5 Goals geschossen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass man immer noch 15 ist. Ja. Vor allem vor dem Spieltag waren wir noch 3. Also jetzt haben Lugano und Zürich überholt. Aber vorher waren wir 3. Es ist eigentlich schon krass, weil jetzt Luzern und Winti haben 3 Punkte weniger als St. Gallen. Ein bisschen eine schlechte Tordifferenz, aber wenn es jetzt noch mega schlecht läuft und noch ein bisschen so weitergeht, vor allem wie du gesagt hast, wie wir fest schiert haben, wie gut das Winti momentan ist, landet man vielleicht sogar noch in der unteren Hälfte. Ja. Ja. Es ist jetzt wirklich es wird jetzt mehr oder weniger der was ist es 5 Kampf zwischen Winti, Lugano, Zürich, Luzern und St. Gallen von Platz 3 bis Platz 7. Das ist schon crazy. Die Playoffs könnten schon noch cool werden, wenn nachher die die ganze gegeneinander spielen. Erstens das, zweitens mal hast du, ich meine, es geht jetzt bis zum Split noch 7 Spiele. Wenn ich jetzt nicht alles falsch laufe bei Ibe, ist es auch bei Servet und bei Ibe noch super spannend und eben dahinter nachher auch nicht. So, ich meine, ich freue mich richtig krass auf die Playoffs, weil Ibe ist ja der Hire sehr gut. Eben, wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren, glaube ich, einmal gegen Zürich verloren, aber sonst praktisch nie. Und jetzt eben wieder gegen Servet. Aber auswärts ist es ein ganz anderes Thema. Ibe hat nämlich in Lugano nur unentschieden gespielt, in Servet nur unentschieden gespielt, in Basel verloren, in St. Gallen verloren und in Zürich verloren. Also das sind die Top 6. Und das könnte richtig, richtig interessant werden, wenn dann eben, weil Ibe Ibe struggelt ziemlich fest, wenn sie auswärts gegen die Mannschaften spielen müssen. Idealerweise wäre es eigentlich, wenn jetzt die Top 6 Mannschaft oder schon nur St. Gallen oder Vinti und Lugano und Zürich einfach jetzt jedes Spiel gewinnen und vielleicht Servet und Ibe die ein oder andere Spiele verlieren, dann hätte man nämlich so ein mega Cluster von Mannschaften, die noch irgendwie an Champions League Plätzen spielen. Spielen und dann wenn Ibe oder Servet voll vorziehen dann würde es weniger spannend werden. Ja, ja gut, aber nur schon, dass wir überhaupt noch Spannung haben. ist richtig geil, ich habe einen Artikel gelesen vom Blick, weil vorher, als ich auf die Oren gewartet habe, ist da aussen bei uns im Studium liegt natürlich eine Zeitung unter anderem vom Blick rum und dort haben sie geschrieben, eigentlich ist es mega selten in der ganzen Geschichte der Super League und die Super League gibt es ja für alle die die nicht wissen seit 2001 oder sowas drei Meister gegeben, das ist Ibe ganz viel Mal, Basel noch viel mehr Mal und Zürich einmal, ich glaube, zweimal. Nein, drei oder vier Mal. Drei oder vier Mal, okay, auf jeden Fall, dann habe ich es nicht so gut gelesen, aber auf jeden Fall, die haben eben geschrieben, sie freuen sich richtig darauf, dass es wieder richtig spannend wird. Was sie auch geschrieben haben, ist etwas über den FC Basel, was ich einfach als Statistik wahnsinnig interessant finde. Nämlich hat sich ja der FC Basel recht gefangen, seit Fabio Celestini übernommen hat. Mir ist immer noch nicht wahnsinnig gut, aber eben, ich habe es vorher in der Formtabelle vorgelesen, mir ist jetzt in der Tabelle von dem Jahr auf Platz 5. Was allerdings crazy ist, ist die Bilanz vom FC Basel diese Saison in den acht Spielen gegen die Mannschaften, die aktuell auf Platz acht bis zwölf stehen. Oder das auch nicht schon richtig. Ja, genau. Platz acht bis zwölf sind Iverda, GC, Lausansbach und Stadlos Anoushi. Das heisst, das sind übrigens auch tendenziell die Teams, wenn Basel müsste in die in die in die nicht Championship Rounds, sondern in die Playoffs. Nehmen Sie sowas. Dann müssen sie gegen die spielen. Also, mit den acht Spielen sieben Niederlagen und eins unentschieden gegen diese Mannschaften. Crazy. Verloren auswärts gegen GC, verloren zu Hause gegen Lausanne, verloren zu Hause gegen Stadlos Anoushi, verloren auswärts gegen Lausanne, unentschieden auswärts gegen Stadlos Anoushi, verloren zu Hause gegen GC, verloren auswärts gegen GC und verloren zu Hause gegen Lausanne. Und ich habe das Spiel gegen Lausanne sogar geschaut. Ja, ich habe es auch recht verfolgt. Nach einem kleinen Nachtrag Zürich viermal. Zieht, 2000 und sechs, viermal die Meisterschaft. Aber genau, ich habe Basel gegen Lausanne geschaut und richtig krass war. Also natürlich, man weiss langsam, Basel spielt nicht die alte, die alte, beste Saison, aber wie schlecht dass sie dort wieder gespielt hat, ist unglaublich gewesen und vor allem ab dem Moment habe ich gefunden, als Alvin Sanchez eingewechselt worden ist, ich glaube das ist so knapp, muss ich noch nachschauen, 65. Minute, was der mit der Basler Abwehr gemacht hat, an Pässe, an Driblings, nachdem er recht lang flitzig war und langs wieder die Mannschaft reinkommt. Also vor allem defensiv immer noch komplett schlecht aufgestellte Mannschaft, obwohl der Celestini jetzt irgendwie seit fünf, sechs, nein, seit zwei, drei Monate Trainer ist vom FC Basel, finde ich schon noch heftig. Also überhaupt nicht überzeugt und dass man dann, vor allem die kleinen Mannschaften dann die ganze Zeit verliert, wie du es gerade vorhin gesagt hast, überrascht mich überhaupt nicht, wenn man zum Beispiel auch noch einen Cololi wechselt in den 76. Minuten. Also man hat auf der Bank nicht viele bessere Spieler. Ja gut, aber Cololi ist ja eigentlich im Basel-Kader noch einer der besseren Spieler, finde ich. Ja, aber ich finde es schon noch krass, wenn er, was ist er jetzt, der 33? Ja. Also richtig, richtig enttäuschend. Der einzige Spieler, der mir richtig gefallen hat bei FC Basel, ist weiterhin der Vega, auch in dem Spiel, gut Bölle verteilt, auch defensiv stark, aber auch der Barry, in dem Spiel, der Barry, sorry, in dem Spiel nicht überzeugend. Ja gut, aber eben, der ist ziemlich der Einzige, der wirklich sich aktuell in einer Form befindet, die man bringen kann. Er hat ja jetzt eben auch im Köp wieder zwei Gole geschossen und der Rest ist nach wie vor schwierig. Das sei schon richtig. KD, extrem schlecht. Ja, ich verstand nicht, warum das er immer noch beim FC Basel spielt. Ich habe mich wirklich gefragt, ich muss ja zugeben, ich schaue jetzt jedes Spiel vom FC Basel, aber ich habe immer noch gewisse Erwartungshaltungen als Spieler, die beim FC Basel spielen, auch wenn ich kein Basel-Fan bin. Und KD bringt keine, oder sicher nicht die genügend Qualität auf den Platz, um gefühlt jede Woche in der Startaufstellung stehen, wie du gerade gesagt hast. Bei ihm habe ich mir wirklich in den Kopf gelangt und gefragt, was er zu tun hat in dieser Mannschaft. Voll. Ja, ich weiss nicht, ob wir noch viel mehr über die Super League reden wollen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Runden. Es bleibt weiterhin spannend. Ich bin auch gespannt, ob Servet das irgendwann mal noch einholt, dass sie eben so einen kleinen Kader haben. Oh stimmt, das muss man noch erwähnen, weil wir letztes Mal so fest darüber geredet haben. Oh ja. Servet hat, wie wir letztes Mal erwähnt haben, beim Transferrat der Swiss Football League angefragt, ob man die zwei anderen Spieler, der Omar Rechig und der Baldé, heisst er Baldé? Weiss er gar nicht mehr. Auf jeden Fall den L'Oreal Stürmer, den sie auch noch geholt haben. Ob man die auch noch lizenzieren darf? Und die Antwort ist ganz klar Nein. Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich richtig. Also für Servet nicht. Ja, für Servet ist es nicht gut. Für das Standing der Liga finde ich es recht gut. Sorry, er heisst, er heisst, er heisst nicht Dings, er heisst nicht Baldé, er heisst Diaby. Etwas mit D. Ich weiss nicht, ist auch absolut nicht wichtig. Auf jeden Fall hat Servet nachher ein Statement herausgebracht, das übrigens ziemlich traurig ist oder ziemlich, ich weiss nicht, ob du es gesehen hast, aber sie haben geschrieben, sie finden den Fehler bei allen anderen nur bei sich selber. Und wenn du etwas hast, was so offensichtlich deinen eigenen Fehler ist, ist es schon ein bisschen peinlich. Was aber halt ist, und das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, ich glaube, das ist auch noch nicht erwähnt worden. Servet hat es mindestens geschafft, um nochmal einen Spieler auszulehnen, einen Nicht-Schweizer-Spieler auszulehnen und darum kann der Nishimura gleich spielen. Heisst, von den vier Transfers, die man geholt hat, dürfen jetzt zwei spielen, der Dylan Braun und der Nishimura, der hat auch gespielt, hat sozusagen den Pre-Assist gemacht, beim Goal von Servet gegeben und er hat das Goal geschossen von Servet im Köp. Scheint ein wahnsinnig guter Fussballer zu sein, muss ich sagen. René Weiler Masterclass. René Weiler Masterclass, absolut. Und eben das Interessante und das muss man einfach erwähnen, für das hat man jetzt den Ronny Hodler ausgelehnt zu einem Zweitligateam. Wir haben jetzt einen Spieler in ihrem Kader, der mehr Wert hat als den ganzen Verein. Ich nehme jetzt einfach mal fest an. Die haben jetzt einen Spieler, der Anfang dieser Saison noch die entscheidende Penalty reinzutut hat im Champions League Quali-Spiel gegen Kenk. Und er spielt jetzt einfach die Zweitliga Interregio, glaube ich. Ja. Ist ja das Thema gewesen, weil nur noch die ihren Transferfenster in der Schweiz noch geöffnet haben. und scheinbar gibt es irgendwelche Verbindungen. Ich glaube der aktuelle, etwa im Sportvorstand Fusserwett war vorher Sportvorstand oder Präsident des Vereins. Und darum hat man jetzt so ein bisschen geschaut, jetzt muss der Ronny Hodler halt mit so Amateuren schausten. Das ist aber sicher noch lustig als 40-30-Jährige. Du bist komplett besser als jeder. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir vom nationalen Fussball zum internationalen Fussball. Von einer Fehlentscheidung von Servet zu einer anderen Fehlentscheidung von einer Schiri. Oh. Nämlich La Liga. Ich finde nicht, dass es eine Fehlentscheidung ist. Wow, 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 wow. Okay, das wird eine Diskussion geben. Valencia hat am Wochenende gegen Realmetrie gespielt. Ihr habt sicher alle mitbekommen. Valencia nach 10 Minuten macht nachher zwei Goale gegen die deutsche Fans, die Valencia hat. Aber jedenfalls ist es eine andere Diskussion. Und dann ist es soweit. Der Das Wunderkid, der Spieler, den man sich immer drauf verlassen kann, der Jude Bellingham, kommt in der Nachspielzeit, glaube ich, 98, aber es hat glaube ich nur vier gegeben. Der Bölle auf den Kopf über und macht ihn rein. Der Bölle wird rein geflankt und kurz vor der Flanke nach einer Ecke wird abpfiffen. Der Pfiff klingt aber noch währenddessen, dass der Bölle überfliegt und der Böllingham macht es 3-2. Ich habe so 20 Bilder aneinander gesehen von seinem Jubel bis zu seiner roten Karte, die er nicht kassiert hat und wege reklamieren. Aber jedenfalls meiner Meinung noch ein rechtes Skandal. Vor allem, weil es noch richtig lange Verletzungs- äh, ich glaube, Warpausen gab in der Verlängerung. Ja, aber er hat schon Minuten länger gespielen lassen. Ja, aber ich finde, in dieser Situation kannst du nicht abpfiffen. Ja, aber ich finde, also weisst, es ist vielleicht ein Lack of Judgment, dass er, ich meine, der Ball wird geklärt nach dem Eckball, so halb, mindestens, und dann pfifft er ab. Also, es ist einfach Pech für ihn, dass der Erklärungsversuch direkt in Real Madrid bei und von dort kommt direkt die Flanke. Also, ich finde es nicht, eine Fehlentscheidung, Fehlentscheidung, er darf nicht dann abpfiffen, sondern, ja, es ist so ein bisschen bitter. Es kann passieren, es ist natürlich sehr bitter. Ich würde mich auch wahnsinnig aufregen als Real-Fan, aber ich finde jetzt nicht, jedes Mal in der La Liga wird ja dann die grosse Verschwörung wieder gewittert. Aber egal, ob es Barca oder Real ist, die andere Vereine hat schon immer Chilis gezahlt. Ja, genau, aber, ich finde, ich finde, es ist einfach es ist wahnsinnig unglücklich, wie es nachher aussieht, obwohl es gar nicht so unglücklich vielleicht ist. Und ich meine, es ist jetzt, er hat nicht erst abpfiffen, als der Bellingham mit dem Kopf am Ball kommt, sondern er hat deutlich vorher schon abgepfiffen. Er hat abpfiffen, kurz bevor, dass die Flanke reinkommt, also wirklich so Millisekunden bevor die Flanke reinkommt. Ja, aber eben, ich meine, es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so ein Buzzerbeater, so, boah, hat er vorher abpfiffen, bevor er den Ball über die Linie ist, sondern es ist eigentlich so weit vorher, dass du, dass du die als Spieler wie der Bellingham nachher nicht, ja auch nicht so darfst du aufregen, dass nachher eine rote Karte noch bekommst und weiss ich nicht, was alles. Ja, nicht nur er, der Rüdiger hat ja glaube ich auch noch rote bekommen. Offensichtlich. Ja, bei ihm ist klar gewesen. Aber ich fand es noch spannend, weil nach dem Spiel haben sie noch, ich weiss nicht, ob es auch im Deutschen kam, aber im spanischen Fernsehen, den Hugo Duro interviewt, Stürmer von Valencia, mit Real Madrid, also er hat bei Real Madrid Castilla gespielt, bei der Akademie von Real Madrid und er selber hat auch gesagt, dass er es, er wäre nicht happy gewesen, wenn er ein Realspieler gewesen wäre und er kann es auch nicht ganz nahe verziehen, wieso es in diesem Moment abpfiffen hat. Also ich finde es, wenn ich jetzt auch so ein Conspiracy Theorist wäre, würde ich glaube auch anfangen mit Barca, mit Barca. Aber man muss natürlich auch sagen, zum Beispiel Real Madrid hat auch gegen Almeria diese Saison, das war auch ein Scam, was dort passiert ist. Also vielleicht haben sie es etwas verdient, aber ich finde einfach, in diesem Moment habe ich es so sehr überraschend gefunden, wie die Entscheidung nachher zustande kam. Darum finde ich spannend, nachher noch ein Interview mit einer Schirin, einfach erklär dich, weil dann, ich glaube, du könnt sehr viel davon, oder sehr viel einen grossen Shitstorm von dir abwenden, wenn du dich noch erklärst. Was, vor allem jetzt spanische Fussballfans ausserhalb von Real und Barca aufregt, ist, es hat genau die gleiche Situation, also wirklich eins zu eins die gleiche Situation in einem Spiel, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr in Spanien gegeben, aber, weil es, glaube ich, wie Mallorca gegen Almeria war, hätte es auch niemanden interessiert. und das ist eben das, was ich bitter finde. Also, weißt du, um jetzt da zu sagen, alle Schirris sind schlimm und Spanien hat ein riesen Schiri-Problem und weiss ich nicht was alles. Ja, das stimmt. Aber ich finde, Spanien hat ein riesen Schiri-Problem. Also, ich kann nur noch nicht mehr was empfehlen, schau mal ein Spiel von Ketaphia, was die als Spieler wegräumen und Blutgrätschen machen und haben auch sehr sympathische Spieler rausgezogen. und das kommt noch dazu, das kommt wirklich noch dazu. Aber was die für Asi-Fussball anwespielt, auch Almeria und Gadis vor allem. Gadis ist am allerschlimmsten. Ja, gut. Und dort bleiben die Spieler immer auf dem Platz und die Schirris erlauben, dass eben ein Spiel mit so einer Taktik, einfach mit einer Zerstörer-Fussball-Taktik eigentlich mit Blutgrätschen und allem weiter vorgesetzt wird. Ich würde schon sagen, La Liga hat ein Schirr-Problem, aber natürlich ist es mega undankbar, wenn du nur davon gehörst, wenn es ein Real- oder ein Barca-Spiel ist und nicht eben, wie du gesagt hast, das ist Mallorca gegen Osasuna oder so. Ja, genau. Und das, was ich auch noch crazy finde, ist, bei dem Match ist der wohl beste spanische Schiri am FIFA gewesen. Aktuell. Der Chil Manzano, der ist wahrscheinlich einer von den Favoriten zum nachher Champions League-Final FIFA und so. Ist auch FIFA-Schiri und alles Mögliche. Also der weiss eigentlich schon, wie es geht. Er hat so vielleicht so ein bisschen ein Lack-of-Judgment, den kann man ihm vorwerfen. Aber wenn er in den 98. von sieben Nachspielminuten, glaube ich, so ist es gewesen. Also es ist sicher eine Minute und ein bisschen mehr sogar darüber gewesen, kann man schon abpfeifen. Ich finde, ich meine, wenn es jetzt noch 15 Sekunden, also weisst du, in den 56.45. Wenn er dann abpfeifen würde, oder genau, einfach 97.00, er hat gar nicht auf die Spiele geschaut und nicht einfach gesehen, oh, die Zeit ist abgelaufen, ich pfeife jetzt ab. Aber irgendwann, weisst du, irgendwann musst du einfach abpfeifen. Du kannst ja nicht nachher, das hat es früher bei FIFA den Bug gegeben, dass wenn du nicht über die Mittellinie gegangen bist, du hättest einfach weiter spielen können. und das kannst du ja auch nicht bringen. Das stimmt, das stimmt. Und wenn man jetzt, dass man sich in einem grösseren Kontext anschaut, betreffend La Liga, hat es nicht so mega schlimme Auswirkungen. Also Real Madrid ist immer noch sieben Punkte von Cirona entfernt und acht Punkte von Barca. Barca, die das Wochenende gegen Bilbao sehr enttäuschend gespielt hat, 0-0 rausgeholt und vor allem, was schlimm ist, glaube ich, für die weitere Saisonverläufe Barca. Pedri und De Jong beide verletzt raus, beide länger verletzt. Vor allem De Jong hat irgendetwas ganz grosses, ich habe den Manns geguckt, er kam auf seinen Fuss gelangt, aber der war irgendwie so abgefinkt. Er hat ganz unangenehm ausgesehen. Aber Cirona eben noch sieben Punkte von Real Madrid dran, haben das auch einen ziemlich überraschenden gegen Majorca, 1-0 verloren. Ja, voll. Aber ja, es spitzt sich langsam zu und wenn ich jetzt ein Bettingman wäre, würde ich glaube, weiterhin bei Real Madrid bleiben. Ja. Weil, ich glaube, das wird nur noch ein bisschen mehr Aggressionen in dieser Mannschaft führen, diese Schirien Entscheidung. Und dass man vielleicht dann noch mehr nach einem Goal sucht, dass man nicht auf solche dumme Situationen hoffen muss. Oder eben, dass solche dumme Situationen passieren, gegen Valencia. Aber, ja, wird, glaube ich, noch recht spannend, auch in der Liga. Ja, ja, definitiv. Das, wo ich eben glaube, aber, warum kein Aussenseiter La Liga gewinnt, wie es ja jetzt eine Weile lang so ausgesehen hat. Also, ich meine, Aussenseiter meine ich einfach nicht Real und nicht Barca. Der Grund, warum das das Jahr sicher nicht passiert ist, weil es ganz viele Aussenseiter hat, die sich gegenseitige Punkte wegnehmen. immer. So hat jetzt eben Mallorca, wo es relativ gut auch läuft für eigene Verhältnisse. Ah nein, sorry, sie sind im 15. Die sind einfach im Kopf gut. Aber auch sie haben jetzt eben Chirona geschlagen, Bilbao, wo gut ist, Atletico, wo das Wochenende gegen Betis gewonnen hat, Valencia, wo gut ist, Sociedad, wo gut ist, jetzt aber eben gegen Sevilla wieder verloren hat. Also, man hat ein wahnsinnig stabiles Mittelfeld in Spanien, wo aber bis Platz zwei geht, gefühlt. Ja, eben genau, und eben Platz zwei Chirona, in der letzten La Liga Spiel, haben sie nur ein Spiel gewonnen. Genau. Also, eben, ich wüsste jetzt auch nicht gross, dass die Real noch gross konkurrenzieren könnten. Und eben, mit Basa rechne eh gar nicht, muss ich sagen. Ja. Also, darum bin ich mir da eigentlich schon ziemlich sicher, dass Real das dann doch machen wird, obwohl eben jetzt durch die direkte rote Karte gegen Bellingham und Rüdiger, vor allem mit Bellingham ist es, glaube ich, recht schlimm, kann das schon vielleicht noch negative Nachwirkungen haben für die nächsten drei Spiele, oder vielleicht wird es einfach kürzer, keine Ahnung, kommt darauf an, was Real Madrid macht, aber ich glaube trotzdem, dass da nicht mehr viel zu machen ist für die anderen Mannschaften. Gut, Real spielt jetzt den High-Gig, Celta Vigo, Auswärts gegen Osasuna ist vielleicht ein bisschen schwieriger und der High-Gig-Bil war auch okay, das ist sehr schwierig, aber eben, ja, bleibt auf jeden Fall spannend und was vor allem auch sehr spannend war, sind Copadel-Rei-Halbfinals, die letzte Woche auch gewesen sind und ich muss sagen, ich habe beide geguckt, sehr fest mitverfolgt, ich finde es übrigens absolut unnötig, dass La Liga oder Copadel-Rei das Gefühl hat, sie müssen Halbfinal heim und ausrechnen. Das habe ich auch nie verstanden, es macht so gefühlt nirgends, also doch, der Carabao-Cup hat ja Hin- und Rückspiele, aber der juckt niemand, Copadel-Rei ist auch recht, das ist glaube ich der grösste Wettbewerb, den es gibt in Spanien, also das habe ich nie verstanden. Ja, es macht absolut keinen Sinn und trotzdem sind jetzt beide Spiele sehr interessant gewesen, Mallorca, wo zum ersten Mal seit 2003 so viele mitbekommen haben, wo sie mit dem Eto nachher so gerne Cup gewonnen haben, im Cup-Final stand, Real Sociedad, die daheim im ausverkauften Año Eta richtig geil gespielt hat, eigentlich die Stimmung unglaublich. Bitter ist nur, Sociedad ist ja in den letzten Jahren sicher eine der fünf besten Mannschaften in Spanien und auch schon länger sehr, sehr gut dabei. Wir haben bis jetzt siebenmal im Copa del Rey Finale geschafft und siebenmal hat man vorher das Halbfinale auswärts gespielt, wo man sich qualifiziert hat. Heim jedes Mal und eben jedes Mal wahnsinns Stimmung und jedes Mal verloren. Jedes Mal ist man ausgeschieden. Vor allem im Penalty Schiessen. Hier im Penalty Schiessen gegen den RCD Mallorca Tiend mit ihrem Trainer richtig gut gespielt, richtig frech aufgespielt. Ist natürlich bitter, dass für Sociedad ein Penalty verschossen worden ist schon in der regulären Spielzeit und nachher den OJR Sabal im Penalty Schiessen verschossen hat. Ist bitter und das zweite Halbfinal ist zwischen Atletico Madrid und Atletic de Bilbao ausgetragen und da hat es eine sehr überraschende Wendung gegeben, nämlich dass Atletico hoch auf den Deckel rüberkommt. Schon auswärts in Madrid hat Bilbao 1 zu 0 gewonnen und jetzt daheim im ausverkauften San Marmès eine riesen Stimmung. 3 zu 0 gewonnen, einmal Inyaki auf Nico Williams und einmal Nico auf Inyaki Williams. So geil, so geil. Und nachher glaube ich der Guru Seta von aus 3 zu 0 schon hat. Aber richtig crazy. Du hast jetzt beide oder alle vier Halbfinale gesehen. Ja. Wie schätze ich es sind, ins Finale kannst du da schon Predictions abgeben. Ich würde sagen, Bilbao gewinnt das. Und Bilbao hat ja auch, ist das letztes Jahr, als sie den letzten Cup gewonnen haben? Oder vorletztes Jahr? Bilbao hat schon lange kein Cup mehr gewonnen. Es hat schon lange kein Cup mehr gewonnen. Dort, wo der ... Nein, es war kein Cup, es war irgendwas anderes. Aber jedenfalls, ich kann mir schon vorstellen, dass halt Inyaki und Nico Williams richtig auf ein höheres Podest gekommen wären, wenn sie jetzt im Finale für Athleten, für die Mannschaft, die nur lokale Spieler im Verein hat, nochmal einen Titel holen. Das letzte Mal, wo Bilbao einen Cup gewonnen hat, ist es gleichzeitig gewesen, wo sie auch meistens waren, nämlich 83, 84. Ich kann mir das nachschauen. Aha, sie sind aber mal Superpokalsieger geworden 2021. Dann meine ich das. Und sie sind im Finale gegen Sociedad, die nachher Sociedad gewonnen hat während Corona. Nein, ich meine den Supercup. Supercup-Final. Ja, Bilbao ist Wahnsinn. Bilbao ist supergeil. Er lohnt sich richtig, um das zu schauen. Ich würde auch gerne mal Spielbao im Match schauen. Ja, ja. Das, was im Finale das Traurigste ist, ist, dass die RFW EF der Verband noch nicht gecheckt hat, dass es eine Million geile Stadien in Spanien gibt und sie im einen Stadion spielen, wo hundsmiserabel, wahnsinnig hässlich mit Rennbahn und alles Mögliche ist. Sie spielen nämlich das Final, das wird traditionell im Estadio de la Cartucja in Sevilla ausgetragen, dort wo auch EM-Matches waren. Das ist richtig hässlich. Ich war in Sevilla so hässlich gefunden, dass ich es nicht mal anschauen und dass ihr wissen, dass das etwas heisst. Ja, ich freue mich sehr für Mallorca, also ich wünsche es natürlich Athletic Bilbao, weil es einfach ein wahnsinnig sympathischer Verein ist, wo ich es sehr geil finde, wenn sie international spielen dürfen, mit dieser Philosophie und allem dem. Aber stell dir vor, Mallorca gewinnt den Göp. Spielt ja nachher automatisch Europa oder Conference League, ich weiss nicht, welches von den beiden. Europa League. Stell dir vor, die kommen ein deutsches Team in der Gruppenphase rüber. Und irgendein deutsches Team ist lucky dass sie einfach einen Auswärtsfahrer auf Mallorca machen dürfen. Die müssen jetzt nicht mal mehr auswärts machen, sie haben genug Fans schon dort. Wahnsinn, das wäre richtig geil. Plus ist ein Stadion von Mallorca für alle, die das nicht wissen. Das Stadion ist richtig geil. heisst San Mois, irgendjemand sowas. Son, Campo Football und Son Mois hat 23'000 Plätze. Er ist richtig gross, richtig geil. Sieht aus wie ein Football Stadion. Das müsst ihr mal googlen. Das ist richtig cool. Ja, gehen wir noch von einem internationalen Titelkampf zum nächsten, nämlich in der Premier League. Auch dort ist es wahnsinnig spannend. Da gehen wir rüber zu unserem Premier League-Experten Ono Geva. Genau, wie ihr von meinem Match von der Woche gehört habt, ist Arsenal momentan eine richtige Macht in der Premier League. Er schiesst viele Goals, lässt wenig zu defensiv, aussen die Champions League unterwegs. Aber am Wochenende auch wieder 6-0 gegen Sheffield United. In der Tabelle sieht es auch spannend aus. Arsenal ist zwar Nummer Dritten, City ist Zweiter, hat am Wochenende United 3-1 geschlagen. Aber eines der geilsten Goals in der Saison nach Garnaccio hat United gemacht, wieder Rashford. Richtig, richtig geiler Schuss gewesen. Und Liverpool ist Erster, hat am Wochenende Nottingham Forest mit 1-0 besiegt, mit einem Goal in der 98. Minute. Auch sehr spät, auch nach der Nachspielzeit, die gegeben wurde. Also ein bisschen dodgy, wenn man das böse sagen will. Aber der Monat März wird sehr spannend, weil dieses Wochenende Liverpool gegen City und Ende Monat Arsenal gegen City Also Ende März könnte schon ziemlich klar sein, wer Meister wird. Villa ist natürlich noch auf dem vierten Platz mit 45 Punkten, aber die kann man ziemlich gut abschreiben. Aber wenn man Liverpool City und Arsenal anschaut, haben alle Mannschaften wieder ein grösstes Kontingent an Spielern zur Verfügung. Spieler kommen zurück. Tomiasu bei Arsenal Timber wird extrem verstärkt. Offensiv braucht man keine Verstärkung. Und City natürlich auf De Bruyne ging, die immer besser wird in der Saison. Er hat übrigens am fünftmeisten Assists in der Top-5 Ligen in Europa und er hat erst zwölf Spiele gemacht in der Premier League. Das ist so crazy. Zwölf Spiele, zwölf Assists hat ja fünf Assists gemacht gegen Haaland fünf Goals geschlossen. Gegen Luton. Luton hat drei oder vier Assists oder fünf Assists war. Ich glaube fünf. Fünft Assists war unglaublich. Liverpool ist richtig richtig in Fahrt momentan. Es gibt auch immer mehr Akademiespieler die immer besser werden. Im Carabao Cup standen auch wieder der oder 8-Jährige auf dem Platz. Es wird richtig spannend die letzten paar Spiele in der Premier League. Genau. Sicher nächste Woche hört ihr das bei Liverpool Man City am Sonntag am Viertel vor 5 Uhr. Ich bin dann im Stadion und kann den nicht. Hast du gemeint ich bin dann im Stadion in Liverpool? Nein. 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 Ich gehe zwar auch einen geilen Match schauen und St. Gallen Lugano schauen und am Sonntag bin ich aber in Bern für den jetzt ausverkauften Match zwischen IB und Basel. Da freue mich recht drauf. Mehr dazu nächste Woche bei Spitzgaugen. Kommen wir zu Kenz noch? Gerne, gerne. Darf ich anfangen? Du darfst anfangen. Passend zu unserer La Liga Diskussion ein Spieler wo ich habe ich einfach vergessen muss ich sagen. Ich habe irgendetwas geschaut und der ist schon genannt worden. wenn ich mich zurückerinnert war, war ich echt ein guter Spieler aber sehr sehr underrated. glaube ich glaube ich Wir haben viel über La Liga geredet über die Atletico Legende Rafael Vicky Aha Nein, nein, nein ein bisschen besser. Okay. Er ist aktuell als Trainer bei Real Madrid 2019 Ich heisse aber nicht, ob das hilft. Aber jedenfalls er hat die Weltmeisterschaft gewonnen, er hat zweimal die EM gewonnen, zweimal die Champions League gewonnen Also sehr erfolgreich, kommt ursprünglich von Salamanca in Spanien Ja Er hat 56 Spiele gemacht für die spanische Nazi Kein einziges Goal geschossen Also ein Rechtsverteidiger Aha Er hat bei Real gespielt Ja Bei La Coruña Mhm Bei Liverpool Mhm Ist nachher zurück zu Real Und hat nachher 2017 bei West Ham seine Karriere beendet Das ist nachher dort noch knapp ein Jahr gewesen Ah Okay Ja, ich weiss schon wer es ist 176 Spiele La Liga 3 Goal 13 Assists 69 Premier League Spiele Mhm Ein richtig richtig guter Spieler Und den man irgendwie Komplett Wo ich komplett vergessen soll Muss ich sagen Ich würde sagen Also ausser Das ist jetzt nicht der Was ich meine Aber er ist so Der Inbegriff von Underrated Ja Äh Findest du den? Doch Doch Ich finde schon Underrated Aber er ist so Ein bisschen Heutzutage Würde er als Rechtsverteidiger nicht mehr funktionieren Bei Real Madrid Er ist so Ein klassischer Fullback Er war gut Verteidigen Ja Und extrem Sicher gestanden Ist und man hat Nicht jedes Spiel gemacht Aber er war Extrem Zuverlässig Ja genau Eben irgendwie So ein Und interessanterweise Würde ich eben Sagen In den spanischen Ähm Dreifach Äh Siegermannschaft Also EM WM EM Recht viel Von den Spielern Ja Weißt du Klar hat man Die flasche Spieler Wie Iniesta Oder Xabi Alonso Oder Fabregas Oder David Villa Oder Fernando Torres Oder was auch immer Aber Man hat immer wieder So spielen Wie Bus Gets Ist für mich Einfach der Inbegriff Und underrated Der Typ ist so viel besser Als alle das Gefühl Haben Ähm Ja Und Alvaro Arbeloa Ist genau Einer von denen Schön 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 Richtig Geiler Spieler Ja Vorhand Ich kann eigentlich Nie mehr an ihn Denken Ich würde ihn Auch nicht erkennen Wenn er mir Vor der Strasse Irgendwie Über den Weg Lauft Aber WM Und zweimal TM Und zweimal Champions League Richtig Geile Karriere Es lohnt sich Nur schon Wege dem Zum Youth League Schauen Weil Ganz viel Ehemalige Klub Oder Aktuelle Klub Legenden Ehemalige Wahnsinnsspieler UN19 Trainer Sind irgendwo Also Fernando Torres War ja UN19 Trainer Von Atletico Ich weiss nicht Ob er immer noch ist So weit Ich weiss schon Der Robin von Percy Ist Feyenoord UN19 Trainer Ähm Ja Kommen wir Zu meinem Kennschlossspieler Und Da geht Der Shoutout Aus An Matteo Er hat Mir nämlich Auf Instagram Einen Vorschlag Geschickt Für einen Spieler Zugegebenermassen Sehr schwierig Oh oh Geiler Geiler Verlauf Von der Karriere Sehr interessanter Verlauf Aber sehr schwierig Ähm Ihr dürfen Also nur dass ich Das gesagt habe Ihr dürfen Nach wie vor Uns sehr gerne Kennschlossspieler Schicken Machen das doch Bitte Wenn Und das hat Matteo richtig Gemacht Bei uns Auf Instagram In der Bio Sind die beiden Ads Von unseren Persönlichen Accounts Nämlich Oh und On Share Und Lukipuf Ähm Dort Darauf klicken Und dann Uns Persönlich Schicken Weil Wenn wir es Auf den Spitz Google Account Schicken Besteht Gefahr Dass wir es Beide Sehen Und Darum Äh Das Spiel Nicht so Natürlich Kann Wirken Ähm Also Ich habe einen Spieler Für dich Er ist Am 22. Juli 1971 Geboren Boah In Tiflis Hauptstadt Georgien Stark Geografie Kannst Kannst Mich Niemand Top Yes Sorry Er ist Äh 1989 In Äh Die Akademie Vom Stärksten Klub In der Region Eingestiegen Nämlich Bei Dynamo Tiflis Äh Bei Dynamo Tiflis War er Bis 1995 Respektive Ist er 1994 Bis 95 Ein Jahr Zu Alanya Vladikavska Ausgelenkt War Ich muss Schöne Stadt Kennst Ich habe Früher schon In Alanya Vladikavska Unterwest Schlafen Nein Spass Ist ein russischer Verein Das ist Interessant Er hat Für Dynamo Tiflis In 132 Spielen Ganze 80 Goal geschossen Ich habe In meiner Wiedererinnerung Irgendeinen Baler In Tiflis Geboren Ist Aber Für Die Sowjetunion Gespielt Hat Es Willi Nein Er hat Für Georgi Er Spielt Okay Dann ist es nicht er Sorry Weiter Glaub ich Glaub ich Ja 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 Also Dann ist ein Erster Interessanter Schritt Er ist Nämlich 1995 Von Dynamo Tiflis Zu Manchester City Gewechselt Dort hat er Gespielt Bis 1999 Also er Hat Manchester City Gehört Bis 1999 Hat 28 Spiele Für Sie Gemacht Und 3 Goal geschossen Was Für Stürmer Echt Nicht So Gut Ist Und Dann ist Etwas Passiert Wo Ich würde Sagen Ohne Jetzt Einen Grossen Prophet Aber Das Ist Nicht So Viel Mal Davor Und No Passiert Nämlich Manchester City Hat Einen Spieler Ausgelennt An GC Zürich Bei GC Hat er Zwei Saisons Gespielt In 59 Spiel 20 Goal Geschossen Und Das Hat Ein Gewisser Stadt Rival Dazu Entschieden Zum In Holl Nämlich 1999 Bis 2002 Hat er Beim FC Zürich Gespielt In 81 Spiel 28 Goal Geschossen Scheinbar Hat Im Schweiz Relativ Gut Gefallen Weil Er Hat Nachher Nach 3 Jahren FC Zürich 1 Jahr FC Luzern 1 Jahr FC Sion 2 Jahr FC Aarau Und 2 Jahr FC Basel Angehängt Ähm Das macht weh Ja genau Er hat Für Georgien Für Die Nationalmannschaft Äh Ganze 10 Jahre Gespielt Aber Insgesamt 32 Spiel gemacht 8 Goal geschossen Ähm Ja genau Er ist Unter anderem Oder da In seinem Wikipedia Artikel steht Von März Bis Dezember Verpflichtete ihn Der Schweizer Meister FC Basel Dessen Trainer Christian Gross ihn noch Aus früheren Zeiten In Zürich kannte Sorry Richtig Schlecht Vorgeles Aber du Weisst Was Ich Meine Ähm Ja Er ist ein Stürmer Mittelstürmer Nur 1 80 Gross Er hat 2006 Seine Karriere Beendet Seit Dort macht er etwas ganz anderes Ähm Nämlich 2016 Ist er für die Partei Egeorgischer Traum ins Parlament Gewählt worden Ähm Ja Kennst du noch Ich weiss Es ist schwierig Aber wir Denkt Der Matteo Und ich Zusammen Er ist Mindestens Ein Ex FCZ Spieler Und Darum Ich weiss Ich Ich Georgier Bei FCZ Das 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 Ich Gewohn Mal Weil Ich Ich Ein Weile Lang So Reihen Also Artikel geschrieben Über So Spieler Die Mega Gut In Super League Aber Man 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 Ich Ein Mal Überlegt Über Innen Artikel zu Schreiben Aber Mir Ist Der Name Ich Weiss Den Namen Leider Wirklich Nimmer Sein Name Ist Michael Kavel Schvili Keine Schrasse Eben Ich würde sagen Interessante Laufbahn Sehr Geil Ausleihe Von Manchester City Zu GC Ja Cool Für den Podcast Richtig Lustig Ja Kommt drauf an Er ist Jetzt Ich glaube Es ist Zu Gross Für Ja Genau Und Vor allem Ist Er Von Seiner Partei Georgischer Traum 2022 Weg Gange Er Verliess Diese Und Schloss Sich Der Anti Westlichen Volksmacht An Ist Vielleicht Eher Schwierig Als Podcast Gast Aber Man Weiss Ja Nicht Michael Du Wärst Bei Uns Absolut Willkommen Übrigens Nicht Der Letzte Georgischer Der Bei Zürich Spiel Ein Shoutout An Levan Carabace Von Alle Zürich Fans Left Back Ich habe Sehr Sehr Viel Erwartet Von ihm Aber Ich musste Nachschauen Mittlerweile Spielt Er Wieder In Georg Also Beim FC Luzern Hat Auch Einer Gespielt Kakabace Georgier Sind Richtig Geil Finde Allgemein Super Coole Fussmann Nation Ich glaube Ein Hure Schön Tiflis Ja Habe Ich Mal Gehen Habe Sogar Jetzt Überleitet Um Gehen Sind Bald Die EM Playoffs Wo Georgier Ja Dabei Ist Und Plus Groundhopper Technisch Die Arena In Tiflis Richtig Crazy Über 50.000 Blätter Ich glaube Jetzt ist Dann Mal Europa Liga Konferenz Liga Finale Soviel Halbwissen Für Die Woche Ihr Spitz Gugen Gelesst Danke Für Das Wir Gehören Uns Nächste Woche Aller Voraussicht Wieder So Ein Bisschen Mit Vorbehalt Momentan Ist Schwierig Für Uns Planen Aber Wir Wünschen euch Schöne Woche Viel Spass Beim Fussball Schauen Ich Nach Wie Vor Auf Spotify Kann Man Uns Folgen Und Bewertung Anlage Genau Das Gleiche Bei Apple Podcast Auch Dort Heisst Es Ein Bisschen Anders Aber Wir Wissen Was Wir Meinen Auf YouTube Kann Man Das Auch Machen Dort Gerne Abonnieren Und Like Hier Lassen Ja Und Sonst Sag Ich Einfach Mal Tschau Zémen Der Dear Ferdinand Ist Vor 8 Bis 10 Jahren Mal 8 Monaten Gesperrt Wurde Bei United Weil Er Einen Doping Test Verpasst Hat Bis Heute Behauptet Er Und Er Nicht Getoppt Bei Ihm Ist Die Ausrede Schon Datschi Der Pol Pogba Behauptet Etwas Gleiche Behauptet Und Bei Ihm Bin Ich Zimlich Sicher Dass Das Ein Fouli Ausrede Ist Das Er B Ihm Jase o Toc 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 Toc